Das Einzige, wo ich mehr investiert habe, war die Elmi-Show. Und dann war es Samstagsmorgens, war auch flau, und dann habe ich gesagt, ob ich nicht den Samstagmorgen auch noch machen können. Da habe ich gesagt, aber Freunde, ich kann nicht den Samstagmorgen auch noch vorbereiten, das geht nicht. Ich habe da unten im Studio, tach, bin nachts in der Runde geschlafen. Und ich habe einen Ruck zu verlieren, ich kann hier keine Runde machen. Ja, das nicht, das war es nicht, das ist einfach nur mein Perfektionismus. Ich habe das gut machen wollen. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich gesagt, ja, dann bereite ich eben nicht vor, mach uns die drei Stunden. Wir haben nur Theater mit den Leuten, die da sind. Und dann habe ich das Samstag auch noch gemacht. Ich habe schon gedacht, ich muss mal übernachten da. Aber es war klasse, es hat mir Spaß, Freude gemacht. Und das war für mich das Medium, was mir auf dem Leid geschneitert war. Eigentlich schade, dass es dann zu Ende ging. Aber irgendwann ist es halt mal fertig, kann ich auch nichts machen. Irgendwann sind alle tot.